Das war absolut irre. Die beste Paintball-Schlacht meines Lebens. Ja, du sagst es. War echt super, aber sie hat doch schmerzhafte Erinnerungen an 91 geweckt. Du? Warst im Golfkrieg? Nein, Julie wollte damals, dass ich das Haus streiche. Tja, von mir starb da irgendwie ein kleiner Teil. Hausarbeit? Tja, ist doch völlig sinnlos. Du sprichst mir aus der Seele. Du bist ein guter Freund. Bevor du hierher gezogen bist, wusste ich gar nicht, was Freundschaft ist. Ich würde sogar sagen, du bist der beste Freund, den ich je hatte. Hey, Bill. Fitz, was machst du denn hier? Du hast mich eingeladen. Wir wollten das Spiel sehen. Ich habe uns einen Auflauf gemacht. Inzwischen ist er eiskalt. Ist Judy zu Hause? Nein, aber sie hat nach dir gefragt. Du solltest wohl ein paar Sachen aus der Reinigung holen. Ah, richtig. Das war das Einzige, an das ich heute denken sollte. Das gibt mächtig Ärger. Judy sollte lockerer werden. Du arbeitest hart. Du darfst am Wochenende ruhig kürzer treten. Ja, du hast recht. Und wenn schon, war ich eben nicht in der Reinigung. Sie sollte kein Fleck ins Hemd machen. Oh, du hast die Sachen geholt. Du hast die Sachen geholt. Du kannst es... Du kannst...